Paon, der Sohn des Kretis, stammte aus der makedonischen Provinz Eodaie und war einer der Generäle und Nachfolger Alexanders des Großen. Aus Pietens Zeit als Offizier Alexanders ist wenig bekannt. Erstmals wird er während des Indienfeldzugs genannt, doch oftmals ist es nicht ganz klar, ob von ihm oder seinem namensvetter Paon, dem Sohn des Angenor, die Rede ist. Erst nach dem Tode Alexanders übernimmt er eine bedeutende Rolle. Nach Kertius Rufusch war es der als erstes Perdikos und Leonatos als Regenten und Wächter des noch ungeborenen Sohnes Alexanders vorschlug. Auch in der Auseinandersetzung zwischen der Reiterei und der Infanterie tat er sich hervor, sodass er von Perdikos die wichtige Satrapie-Medien erhielt. Kurze Zeit später wurde er beauftragt den Aufstand der griechischen Söldner niederzuschlagen. Paon besiegte diese auf dem Schlachtfeld und gab den überlebenden freien Abzug. Doch Perdikos gab den Befehl alle Aufständischen niederzumachen. Paon begleitete Perdikos 320 V. C.H.R. auf seinem Feldzug gegen Petolemius. Nachdem dieser eine schwere Niederlage erlitten hatte und im Begriff war einen weiteren aussichtslosen Angriff zu starten, war Paon einer der Anführer des Aufstands, der in der Ermordung Perdikos endete. Daraufhin wurden Paon und Ahidaios von Petolemius als Regenten ausgerufen. Doch kurze Zeit später wurde auf der Konferenz von Triparadaisos auf Betreiben der Eurydike Antipater zum Regenten ernannt. Bei der Verteilung der Provinzen erhielt Paon wieder Medien. 318 V. C.H.R. verdrängte er Philippus den Satrapen von Patin und übergab seinem Bruder Eudamus die Provinz. Doch alle benachbarten Satrapen zogen gegen Paon und vertrieben ihn aus Patin. Er floh nach Babylon zu Seeleukos. Dieser sagte ihm seine Unterstützung zu. Inzwischen war Eumenes mit seinem Heer herangerückt. Alle Maßnahmen ihn am Überqueren des Tigris zu hindern schlugen fehl. Deshalb forderten sie den ebenfalls mit seinem Heer angekommenen Antigonus auf sie zu unterstützen. So kam es im Herbst 316 V. C.H.R. Zur Schlacht von Paraitaken bei der Paon den linken Flügel kommandierte. Auch in der Schlacht von Gabine im Winter 316 V. C.H.R. nahm er Teil bei der Eumenes endgültig besiegt wurde. Antigonus hatte nun sein Reich bis nach Medien der Satrapipitans erweitert. Paon fürchtete wohl seiner Macht beraubt zu werden und schmiedete Intrigen gegen Antigonus. Dies blieb Antigonus nicht verborgen und lud Paon unter dem Vorwand einer weiteren Lagebesprechung in sein Winterquartier in Eckbetna ein. Als jedoch Paon eintraf wurde er vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet.